Moins und Willkommen zu einem kleinen und sneaky Video. Es ist gerade 1 Uhr Nacht, aber ich dachte mir, hey, nimmst du noch ein Video nach der LCS auf, damit du am Samstag entspannen kannst. Deswegen sehe ich ja hier auch noch so sneaky aus. Aber wir wollen heute ein kleines bisschen über die Strategie von Phanatic reden. Denn sie haben in der LCS das Zero-Portal vor allem kombiniert mit dem Banner of Command ausgepackt. Und das war eine wundervolle Strategie und wir wollen genauer drauf schauen. Denn sowohl das Banner of Command als auch das Zero-Portal sind jetzt keine Items, die nie gebaut werden. Aber vergleichsweise selten. Es gilt aber zu erwähnen, dass gerade das Zero-Portal so ein kleines Revival erlebt. Denn der gute Udia, der sowieso schon die Solo-Q terrorisiert, baut dieses Item doch recht gern. Die Gründe dafür sind vielschichtiger Natur. Aber ich habe mir nur überlegt, die Stärken und Schwächen vom Banner of Command und dem Zero-Portal so ein kleines bisschen näher zu bringen, bevor wir zum strategischen Teil kommen. Das heißt, wir werden einen Blick auf die LCS werfen, aber natürlich auf den Standardeinsatz des Zero-Portals. Kommen wir aber zunächst zu den Stats und beginnen da bei dem Banner of Command. Denn dieses Item ist gar nicht so schlecht und häufig auf Supportern gesehen. Denn der größte Vorteil dieses Items ist die Tatsache, dass es eine Aura gibt, die Magieresistenz verleiht, ähnlich wie das Locket. Und das ist ja wirklich ein Standard-Support-Item. Mit dem Banner of Command habt ihr aber die Möglichkeit, relativ viel AP zu bekommen und natürlich die einzigartige Möglichkeit, einen Minion zu buffen, was natürlich super tanky wird, super viel Damage rausdrückt und euch natürlich einen gewissen Gold-Haushalt gibt, was für Supports nicht schlecht ist. Tja, und als letztes natürlich pusht, während ihr nicht da seid. Und es gibt im Prinzip sehr wenige Dinge zu nennen, die gegen das Banner of Command sprechen, sei es im Solo-Q oder im Normalen. Sicherlich verzichtet ihr im Vergleich zum Locket auf den Schild, aber die Utility mit den gebufften Minions ist massiv. Vor allen Dingen gibt es da auch eine Abstufung. Meistens nimmt man das Kanon-Minion, das ist mit Abstand das kräftigste von allem, was die Tankiness angeht. Aber ich kann euch noch einen Heimtipp geben und zwar, nehmt das Melee-Minion. Dieses Teil ist bezogen auf die pure DPS. Das heißt, wenn es darum geht, zum Beispiel erstmal die Lane rauszupushen, bevor man am Turret ist, OP. Weil das Kanon-Minion hat die Problematik, dass es nur bei jeder dritten Wave dabei ist und man kann es halt nicht so oft nutzen. Das Melee-Minion schminkt aber den Hammer so schnell, so schnell kannst du gar nicht gucken. Übelst unnormal, super hohe DPS, sei es dann später an Gebäuden oder an Vasallen, was wichtig ist, weil das Vieh hält natürlich etwas weniger aus als das Kanon-Minion. Aber vom Schadens-Auto und mit dieser extremen Attack-Speed, göttlich. Banner of Command also schon an sich sehr vertretbar. Kommen wir aber nun zum Zero-Portlo und schauen uns da die Stärken und Schwächen an. Tja, und zu erwähnen geht es dabei die Gold-Effizienz. Denn wie auch das Banner of Command liegt man hier bei fast 100%. Und das wohlgemerkt, nur bei den Stats. Das heißt, ihr hattet 60 Rüstungen, 60 Magieristenz und dann eine entsprechende HP-Regeneration. Das sind keine schlechten Grundwerte erstmal, die braucht man. Aber der aktive Teil mit dem Portal selbst und mit der Möglichkeit zu pushen sind göttlich. Denn erneut erhaltet ihr super viel Gold dadurch. Jedes Minion, was diese Viehster lasten, erhaltet ihr. Und die sind gar nichts so schlecht darin. Sicherlich haben sie die große Problematik, dass sie HP über die Zeit verlieren. Okay, das decayt. Aber der HP-Verlust ist relativ angenehm. Das bedeutet, technisch gesehen, seid ihr in der Lage, einen Zero-Portal an dem ersten Turret of the Lane zu platzieren. Und er kommt bis zum Inhab. Das ist so die Standard-Range, was die Minions schaffen. Denn sie verlieren, wie gesagt, sehr, sehr viel HP. Aber später, wenn sie nur noch wenig haben, in ganz, 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 ganz kleinen Schritten. Das Ganze ist also super effizient. Und es hält unglaublich lange. Und man kann natürlich, ähnlich wie mit dem Banner of Command, wunderbar damit pushen. Diese Viehster greifen natürlich keine Champions an, was aber ganz gut ist, weil sie diese ignorieren. Sie geben außerdem kein Gold. Das heißt, selbst wenn man da ist, hat man keinen Bonus. Außer mit der Pick-Pocket-Mastery. Da kriegt man ja mal ein Gold dazu. Fakt ist aber, dass natürlich die Möglichkeit besteht, eine Lane zu pushen, während ihr euch ganz woanders aufhaltet. Dadurch bekommt ihr, wie gesagt, das Gold, aber die XP jedoch nicht. Trotzdem bietet es auch dieses Item vergleichsweise wenig Schwächen. Wenn man aber die Utility nicht richtig nutzt, dann wird es problematisch. Man will ja meistens mehr als 100% Kosteneffizienz rausholen aus einem Item. Und das geht natürlich nur dann, wenn es sich selbst refinanziert. Und das geht super schnell, okay? Das geht wirklich schnell. Gut, kommen wir nun zum strategischen Teil, den wir ja schon so ein kleines bisschen angeschnitten haben. Und dazu werfen wir am besten einen Blick auf das besagte Spiel von Fnatic. Denn sie haben das hier äußerst intelligent gespielt, indem sie zunächst einen Nautilus Top-Lane hat. Da haben wir uns als Analytiker schon gedacht, oh, Nautilus gegen Malfoy, das ist super langweilig. Und Malfoy, seit später empfinde ich den krasseren Engage und die bessere Utility. Aber Nautilus sollte man hier bezogen auf das Item-Bild nicht unterschätzen. Denn zunächst hat er das Banner auf Command gerusht. Das ist, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Er kriegt alles, was er braucht. HP, Regeneration, Cooldown, Reduction. Und auch mit der 60 AP kann er was anfangen, weil er ein gewisses AP-Scaling hat. Es ist jetzt nicht übelst brutal, aber es ist kein verschwendeter Stud. Und als er nur dieses Item hatte, hat er trotzdem seinen Zweck erfüllt. Er konnte super gut pushen. Und hat sich sogar das ein oder andere Mal geopfert, um einen Turret zu bekommen. Und einen Tank zu verlieren, um einen Turret zu erhalten, der ohnehin TP hat, ist okay. Also überhaupt nicht tragisch. Fnatics Strategie damit bestand aber in verschiedenen Aspekten. Denn sie hatten unterschiedliche Ziele. Das eine Ziel war natürlich, Elements ein Stück weit zu schwächen, damit sie ihre offensichtliche Teamfight-Komposition nicht optimal ausspielen können. Und um eine Teamfight-Komposition zu bremsen, gilt es darum, um das Teleport des gegnerischen Toplaners zu spielen. Denn Morphite TP't dazu und CRUSH dein Face. Okay, darin ist er sehr gut. Das bedeutet, man muss ihn auf die ein oder andere Weise ablenken. Eine Ablängung könnte darin bestehen, dass man jemanden Splitpushen schickt. Das heißt, eine Fiora wird später einen Morphite zerstören und er muss immer wieder gegenhalten kann, nur unter Risiko zu dem Team dazukommen. Falls dieses dann die 4 gegen 5 Situation ausnutzen möchte mit dem TP. Und hier hat man nun zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn nachdem ganz so das Bun-Of-Command und das Z-Rod-Portal hatte, hat er hier den Tribrush ausgenutzt, sein Portal hingeballert und das Ganze noch mit dem Bun-Of-Command kombiniert. Und diese Kombo ist brutal. Denn das Offiziers-Minion, sage ich mal, das Mega-Kanon-Minion, das tankt den Schaden, das kann natürlich wunderbar pushen. Und die kleinen Z-Rod-Voidlinge sind natürlich auch wunderbar, was den Schaden angeht, aber sie halten nicht viel aus. Das heißt, das Bun-Of-Command-Minion tankt und die kleinen Voidlinge zerstören natürlich später super schnell Gebäude. Der Vorteil bestand nun darin, dass Steve auf der Lane bleiben musste, was im Prinzip okay ist, aber er kann nur ganz, ganz schrecklich gegen ein Kanon-Minion pushen. Weil der Vorteil im Bun-Of-Command ist, dass man diesem Minion Magie-Immunität gibt. Das heißt, kein magischer Schaden kann das Ding beschädigen und Malfight hat nur seine Outdoor-Tags dagegen, die er normalerweise mit dem W bufft. Aber dieser On-It-Schaden verschwindet nun und sonst hat er nur Magic Dead. Die gleiche Problematik würde ironischerweise Nautilus selbst bekommen oder ein Rumble. Er kann dieses Vieh nicht aufhalten, okay? Es dauert ewig, weil er 25.000 Out-Attacks machen muss. Und somit hatte Fnatic zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn ihr eigener Tank, also der Nautilus selbst, konnte beim Team bleiben, die Lane pusht und Fnatic konnte immer wieder den Gegner mit dem Baron provozieren. Denn auf den Baron muss Elements reagieren. Und was tun sie? Sie lassen natürlich Steve teleporten. Dieser kommt dazu. Fnatic sagt sich, okay, wir lassen den Baron sein. Und wisst ihr, was passiert? Die Wave pusht. Seine Wave ist immer noch am Drücken und Steve hat keine andere Wahl, beziehungsweise irgendein Mitglied von Elements hat keine andere Wahl, außer dort hinzugehen. Jemand muss die Vasallen aufhalten. Weil das Banner-of-Command-Minion kombiniert mit dem Zero-Portal, das zerstört die Türme super, super schnell und pusht die ganze Zeit die Wave rein. Tja, und das führte wenigen Minuten dazu, dass Steve zur Lane hinlaufen musste, war dann also nicht beim Fight dabei. Und Fnatic hat den Vorteil, dass ihr Tank erstens mit TP, beziehungsweise an sich da war. Das heißt, man hat nur ein zweites Mal den Baron probiert. Man ist ja immer in Überzahl. Steve konnte nicht dazukommen, wollte hinlaufen und bis dahin war der Fight quasi schon vorbei. Das heißt, Elements hat Team-Mitglieder verloren, viel Schaden bekommen und auch wenn ihr Steve mehrere Leute im Mund der Ultimate trifft, der Schaden kommt einfach nicht. Aika war super low und auch vom AD-Carry konnten wir nicht viel sehen. Und Fnatic nimmt einfach die Situation positiv an, weil sie eine Überzahl-Situation geschaffen hat. Super clever gemacht und zu all dem Bonus, den sie erhalten haben, mit dem Inip und so weiter, hat die Bot-Lane nach wie vor gepusht. Diese Strategie also, erstens das TP vom Gegner zu provozieren, aber ihn dann an die Lane zu binden, obwohl man nicht da ist. Ein Split-Push-Stand-Champion, da ist es wenigstens in den 4-4. Aber hier ist Gamsu als Tank und er ist nur für die Fights da. Und er muss bei den Fights dabei sein. Einfach clever durchgeführt. Die Frage ist nun, wie man das Ganze auf das Solo-Queue übertragen kann. Und wir haben ja bereits über den Udia gesprochen, der das Zero-Portal baut. Und hierbei ist es sehr, sehr ähnlich. Der Udia ist an sich erstmal ein sehr, sehr guter Solo-Champion. Das bedeutet, er kann ohne Probleme Split-Pushen, wird aber aktuell eher im Jungle gespielt, weshalb er auch kein TP hat. Mit dieser Kombination kann man bis zu einem bestimmten Punkt pushen. Das 1 gegen 1 wirst du gegen ihn auch verlieren oder du wirst ihn einfach nicht kriegen, weil er so schnell ist. Das bedeutet, er platziert einfach ein Zero-Portal und begibt sich dann zum Team. Und dann hat man als Komposition die Möglichkeit, entweder die 4-1-Taktik durchzubringen, die man jetzt theoretisch 5-1-Taktik nennen sollte, weil sie bleiben ja gemeinsam verbündet, nur das Zero-Portal pusht alleine. Oder man schickt sogar noch jemanden auf die Botlane und lässt diesen pushen. Das Zero-Portal ist quasi wie ein eigener Split-Pushender Champion. Und das Problem ist halt, du musst einen Champion abstellen, um das Zero-Portal entweder zu vernichten, beziehungsweise gegen zu pushen. Und wenn der kein TP hat, ist man an anderer Stelle in Überzahl und gewinnt die Fights. Es ist natürlich eine Strategie, die im Solo-Cue nicht super sauber gespielt werden kann, aber ein Udyr, der mehrere Voraussetzungen zum Split-Pushen mitbringt, kann das Zero-Portal wunderbar ausnutzen. Und er wird vor allen Dingen mit der Movement-Speed des Portals ohne Probleme wegkommen, okay? Also 500 Movement-Speed ist halt noch langsam bei ihm. Gut, also insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne Strategie. In der LCS ist natürlich ein Stück weit besser ausgeführt mit dem Banner auf Command, weil gegen diese Wave hast du überhaupt keinen Stich. Gegen AD-lastige Champions, wie zum Beispiel Fiora, kann man das wahrscheinlich nicht selber machen, weil sie hat kein Problem gegen das Banner auf Command-Mail. Gut, im Prinzip war's das schon. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.